Wir werden entsprechende Maßnahmen vorsehen, zum Beispiel beim Verbot bei Volksfesten, in Gaststätten oder auch in Biergärten. Was also bedeutet, dass auf Volksfesten, in Restaurants oder aber auch in Kneipen der Cannabiskonsum absolut untersagt ist? Puh, okay, also darauf erstmal aus Solidarität ein für unsere bayerischen Freunde. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und damit willkommen auf den Kanal Fintastic Live, wo sich nämlich rund um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland dreht. Wo es alle Nachrichten rund um das Thema gibt, die mal wieder präsentiert werden von Hybridfilter und auch Phäno-Hunter. Puh, wo es in dieser Woche leider so gut wie gar nichts Positives zu berichten gibt. Sondern es eigentlich nur um Erfolgsgeschichten der Legalisierungsgegner geht, die nämlich erreicht haben, dass in Bayern das Gesetz so strikt wie nur möglich ausgeübt wird. Und es nun auch neue Anpassungen gegeben hat, beziehungsweise ein neues Gesetz auf den Weg gebracht worden ist, womit eben der Cannabiskonsum eingeschränkt wird in Bayern. Was nun durch die zweite Lesung gegangen ist und somit eben beschlossen wurde. Wobei man sich nur an den Kopf fassen kann, vor allem bei den Aussagen der Union, beziehungsweise auch der Freien Wähler. Aber ihre Verschärfung des Gesetzes natürlich nur schwer begründen können, weswegen ich euch das ganze Thema natürlich einmal zusammengefasst habe. Genauso wie auch das Thema der Cannabis-Clubs in Bayern. Die nämlich genauso wenig vorankommen, dadurch, dass es nämlich erst im September erst zu Genehmigungen kommen kann. Und die ganzen Fristen von drei Monaten komplett ausgereizt werden. Womit den bayerischen Clubs neben den Konsumverboten auch nochmal da die Sache schwer gemacht wird. Deswegen wir uns das Thema natürlich auch nochmal gemeinsam ansehen werden. Aber uns dann auch noch zum Schluss ein positives Thema ansehen. Und zwar nämlich noch einen Videobeitrag des Ganderke-Sees. Der nämlich der erste Social Club mit Zulassung ist. Wofür nämlich die niedersächsische Landwirtschaftsministerin gesorgt hat. Die nämlich Ganderke-See somit zum allerersten Social Club in Deutschland gemacht hat. Und es nun, wie gesagt, auch noch einen Videobeitrag gibt. Den wir uns natürlich zusammengefasst neben den ganzen anderen Themen als positiven Abschluss dann nochmal zum Schluss ansehen werden. Doch erst einmal gibt es nun einen entspannten mit Hybrid, die nämlich mit ihrer Filtertechnologie dafür sorgen, dass ihr die 2 in Einfilterung habt. Die im Übrigen auch in verschiedensten Variationen kommen. Wie zum Beispiel den Kombi-Pack, wo man nämlich selber entscheiden kann, wie groß man nun bauen möchte. Also, falls ihr Interesse habt und noch ein paar Filter benötigt, dann checkt auch gerne mal den Link in der Beschreibung ab. Wo ihr nämlich nochmal mit den CodeFantastic20 satte 20% Rabatt bekommt. Wo ihr dann im Übrigen auch noch die Möglichkeit habt, einer dieser goldenen Grindr-Karten zu gewinnen. Was bedeutet, dass ihr ein Leben lang Goodies von Hybrid bekommt. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, ohne die sowas hier gar nicht möglich wäre. Und nun weiter mit dem Thema. Und auch nun ist mal genug mit dem Gerede. Vielen Dank, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit. Und wir starten direkt mit dem ersten Thema. Und zwar das neue Gesetz zum Konsumverbot in Bayern. Wozu nämlich vor ein paar Tagen erst die zweite Lesung im Bayerischen Landtag stattgefunden hat. Und somit Zustimmung der Bayerischen Landesregierung bekommen hat. Was also bedeutet, dass auf Volksfesten, in Restaurants oder aber auch in Kneipen der Cannabiskonsum absolut untersagt ist. Also die Veranstaltung, ob Cannabis legal zu konsumieren ist, nicht mehr beim Veranstalter liegt. Sondern eben nach dem Gesetz geregelt wird. Wonach ganz klar definiert wird, dass der Konsum von Cannabis eben auf solchen Festen bzw. Veranstaltungen wie zum Beispiel das Oktoberfest einfach gänzlich untersagt ist. Also egal, was eben die Veranstalter sagen würden. Und somit Bayern rund um Ministerpräsident Söder die Schlinge um die Cannabis-Legalisierung noch etwas enger zieht. Was besonders eben die Union in Form von der CSU und auch die Freien Wähler freut. Die zum neuen Gesetz in Form von Thorsten Freudenberg und auch Susann Enders einen Redebeitrag zum Gesetz gebracht haben. Wo sie nämlich das Ganze begründen. Und wir somit jetzt einmal reinschauen. Aber zur Antidrogenpolitik gehört traditionell und wie ich finde auch zu Recht der Bereich der Restriktion. Ein Staat wie wir muss seiner Bevölkerung deutlich machen, welche Verhaltensweise, welche Konsummittel auch gefährdend sind, zu Beeinträchtigungen führen. Und daher ist es wichtig, dass ein Staat hier auch klare Kante zeigt und Verbrechen in diesem Zusammenhang verfolgt. Im Thema Cannabis hat die Bundesregierung mit der Ampelkoalition nun den Weg der Restriktion verlassen und eine Teillegalisierung herbeigeführt. Wir halten dies für falsch. Das, was uns in Bayern bleibt, das, was wir in Bayern tun können, das werden wir tun. Wir werden entsprechende Maßnahmen vorsehen, zum Beispiel beim Verbot bei Volksfesten, in Gaststätten oder auch in Biergärten. Es wird Schwerpunktkontrollen geben im Straßenverkehr und Verbotszonen und auch das geplante Abwassermonitoring ist ein wirksames Mittel, um hier möglicherweise auch Maßnahmen der Prävention entsprechend ausrichten zu können. Wir werden damit Konsumanreize deutlich reduzieren. Wenn der Bund schon so ein Gesetz macht, sind wir in Bayern in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir unsere Bevölkerung mit diesen Maßnahmen bestmöglichst präventiv schützen und den Konsum so einschränken, dass dieser Schutz auch wirksam wird. Die Teillegalisierung von Cannabis hat meines Erachtens nach nichts, aber auch gar nichts mit verantwortungsvoller Regierungsarbeit zu tun. Haben die in Berlin tatsächlich nichts anderes zu tun, als eine Droge zu legalisieren oder zu teillegalisieren? Die Ampel packt weder die großen, wirklich wichtigen Themen an. Wir sind hier in Bayern in der Situation, dass wir jetzt das retten müssen, was zu retten ist. Mit dieser zweiten Lesung zur Begrenzung der Folgen des Cannabiskonsums kämpfen wir für ein Gesetz, das den Gesundheitsschutz tatsächlich aufrechterhalten wird. Daher lautet unsere ganz klare Ansage, der Konsum von Cannabis muss in der Öffentlichkeit streng begrenzt werden. Die Regelungen bzw. Nachschärferungen sind unsere Pflicht, um die passiv betroffene Bevölkerung und dabei insbesondere Kinder und Jugendliche so weit wie möglich vor der Bundesregierung zu schützen. Puh, Bayern hat anscheinend nichts Besseres zu tun, als Cannabiskonsumenten weiterhin zu beschränken. Also da kann ich ehrlich gesagt nur mit dem Kopf schütteln, da es eben auch erst seit den Inkrafttreten der Cannabis-Legalisierung erst richtige Regeln und auch Aufklärung gibt. Wo zuvor eben einfach gar nichts zu finden war, außer eben die Strafverfolgung. Wo die Union natürlich fleißig weitermachen möchte, die aber in den vergangenen Jahrzehnten fachlicher Meinung nichts gebracht hat. Und nur zum Anstieg der Delikte sowie auch zu den zu Unrecht Kriminalisierten geführt hat. Aber was ihr dazu sagt, gern mal hier unten in Kommentarform. Und wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Thema, das wieder mal aus Bayern kommt und auch schon wieder nichts Positives bedeutet. Und zwar, dass die bayerischen Social Clubs, die sich nun in Gründung befinden, so gut wie jeden Stein, der zu finden ist, vor die Füße gelegt bekommen. Bei Bayern, wie kann es anders sein, natürlich die Gesetzeslage so restriktiv wie möglich auslegt. Und somit die Cannabis-Clubs nicht nur bei der Zulassung warten lässt und eine Frist von drei Monaten komplett ausreizt. Sondern nun die Genehmigung auch noch schwieriger machen, beziehungsweise das Ganze verzögern. Denn wer in Bayern eine Social Club-Anbaugenehmigung möchte, der muss zuerst natürlich eine Schulung durchlaufen, die nämlich natürlich jemand im Club zur Beratung und zur Prävention vorzeigen muss. Die aber leider natürlich erst in Bayern ab September starten. Was somit bedeutet, dass die Social Clubs in Bayern gar keine Möglichkeit haben, sich vor September überhaupt für eine Genehmigung anzumelden. Und bedeutet, dass es aktuell zwölf Anträge, aber keinerlei Zulassung gibt. Also man sich absolut, wie gesagt, nur an den Kopf fassen kann und fragt, was da in Bayern eigentlich abgeht. Und ob die Legalisierung eigentlich für die Menschen vor Ort spürbar ist. Aber was ihr dazu sagt, beziehungsweise was bayerische Konsumenten dazu sagen, das könnt ihr ja gerne mal hier unten in Kommentarform dalassen. Und ich drücke euch den Daumen, dass auf jeden Fall die Clubs in der Zukunft eine Zulassung gehalten. Doch wie und wo das Ganze anders und besser laufen kann, das zeigt uns dann mit dem letzten Thema für das Video. Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin, die nämlich den ersten Cannabis-Club Ganderkesee in Deutschland zugelassen hat. Also somit gesehen es schon den ersten Social Tab in Deutschland gibt, bei dem man sich jetzt schon anmelden kann. Was nicht nur eine große Freude in der Community ausgelöst hat, sondern es nun auch endlich einen Videobeitrag gibt, wo nämlich der Vereinsgründer das Ganze nochmal erklärt und die freudige Botschaft übermittelt. Also direkt mal rein in die Aussagen. Gegründet, gemeinsam mit Familie und Freunden, hat den Verein Daniel Keune die Idee des 41-Jährigen und seines aus 15 Mitgliedern bestehenden Kernteams, sich für einen bewussten Umgang mit Cannabis einsetzen und aufklären. Das ist eigentlich der Einer mit der Hauptgründe gewesen. Ein gutes Produkt, ein gutes Cannabis herstellen zu können, das so ein bisschen auch aus der Schmuddelecke rauszuholen, das hat uns schon motiviert. Der Social Club ist nach eigener Aussage der bundesweit erste Verein, der eine offizielle Anbaugenehmigung erhalten hat. Überbracht wurde sie letzte Woche von Landwirtschaftsministerin Miriam Staute persönlich. Für den Vorsitzenden ein außergewöhnlicher Moment. Es war einfach historisch. Es ist einfach schwer zu beschreiben. Es war einfach ein toller Moment. Ein Moment, mit dem wir auch nicht gerechnet haben. Nicht in der Kürze. Und ja, das war ein ganz tolles Erlebnis. Generell soll bei dem Verein der Jugendschutz Aufklärung und Prävention weit oben stehen. Die eigentliche Arbeit geht für Daniel Keune und sein Team jetzt erst so richtig los. Nicht nur um die Pflanzen will sich gekümmert werden, auch die Mühle muss noch umgebaut werden. Wir werden unsere Abgabestelle hier, ich sag mal, noch mal ein bisschen vernünftig herrichten. Wir werden Prozesse noch optimieren. Wir sind im engen Austausch, auch mit der Landwirtschaftskammer. Das ist ja, das ist jetzt ein Prozess. Das fängt ja gerade erst an. Womit eben die niedersächsische Regierung zeigt, wie es einfach und schnell gehen kann. Und somit der Ganderke-See zum ersten legalen Cannabis-Club in Deutschland geworden ist. Wo in der Zukunft dann auch noch hoffentlich einige folgen werden. Wo es bei der Zulassung nämlich verschiedene Ämter gibt. Also es pro Bundesland verschiedene Zeitspannen gibt, die aktuell noch gar nicht so klar sind. Aber ich euch natürlich auf den Laufenden halte, wann und wie ihr euch wo anmelden könnt. Und natürlich auch über die anderen Themen berichten werde. Wie nämlich den Grenzwert für den Führerschein. Und natürlich auch Abänderungen des Cannabis-Gesetzes. Sowie dann auch Säule 2, wo es dann lizenzierte Fachgeschäfte geben soll. Wozu es aktuell aber noch keine neuen Infos gibt. Aber ich euch, sobald ich mehr weiß, auf den Laufenden halte. Also falls ihr Interesse an dem Thema habt, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Also darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten aber wünsche ich euch nur noch einen schönen Tag. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche dann schon wieder mit positiven Nachrichten wieder. Also bis dann und bis zur nächsten Woche. Dann bis zum nächsten Mal. tsch